Hallo! 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 Oh, können Sie nicht das Blinklicht ausmachen? Das tut doch in den Augen weh! Nein! Nein, ich seh's uns nicht! Das normale Licht wäre... Ja, ich wäre auch dafür, dass wir es anlassen! Nice! Nee, ey, das tut doch in den Augen weh! Um was geht es um das Fahrzeug da im Graben, denk ich mal? Ja, positiv! Dobby, kannst du mal die Schei... Obwohl, ich habe Scheibenwerfer vielleicht dabei, eh? Ah, sonst... Ja... Warte, zur Not, ich habe hier noch eine Box, die kann ich dir mal hinsetzen. Unsere Werkzeugbox! Jetzt können Sie ja das Licht vom Auto wieder ausmachen! Das ist so... Kack! Das ist jetzt falsch rum! Okay! Ja! Das tut in den Augen weh! Ah, ihr Profis am Werk! Kann man das denn aushalten, jetzt ohne Witz? Boah, geht doch, dankeschön! So! Guter Gott! Ich habe mal eine Frage! Ja! Warum kann ich den Reifen nicht wechseln? Äh, sie haben keinen Werkzeugkasten, also sie haben nicht das benötigte Werkzeug dafür! Deswegen müssen wir das machen! So! Ähm, ist das schon ein frischer Reifen? Ist das ein... Natürlich! Okay, gut, dann schraube ich den mal ganz kurz an! Mhm! Ich würde mal kurz das Diagnose-Gerät dran halten, vielleicht noch was kaputtes! Naja, ist das verschrochstet, man! Oh, oh, oh! So kann man so ein neues Modell, das sieht ja katastrophal aus! Oh, oh, oh! Deaktivieren! Ja! Wenn ich das nicht deaktiviert, dann kann man das eigentlich wieder ganz normal aktivieren, oder? Moment! Ich muss direkt mal testen! Was siehts aus? Das Diagnose-Gerät sagt, ist wieder alles gut! Können an- und ausschalten, fahrt das Fahrzeug am besten nochmal raus! Ja, das mache ich! Ja, das Licht geht nicht mehr! Oh, man! Die machen meine Sachen kaputt! Das Licht geht nicht mehr an! Das Licht geht nicht mehr an! Nee! Ach so! Ich dachte schon, halt außen wird mir geklaut! Warum fahren sie denn jetzt immer direkt so niederum? Weil ich keine Lust mehr auf das andere Fahrzeug hat! Was denn für ein anderes Fahrzeug? So! N mag ich nicht mehr als der neuesten! Der... Nur noch in allergrößter Not! Gut! Hast du meinen Kasten mitgenommen? Äh, ja, 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 den habe ich! Okay, ähm, weil dort waren einmal Glühbirnen drinnen, die ich bräuchte! Ach, das heißt, okay! Dann setzen... Kannst du mal Licht nochmal hier ausstellen? Äh, kann ich machen! Schieb dir mal kurz hier rüber! Ich seh' nicht so viel! Ja, warte, einen Moment! Äh! Achtung mit Abstand, weil... So! Roll, roll! Ja, wenn man unter die Räder kommt hier! Geht wahrscheinlich halt gleich wie beim Reifen! Alles klar! Dann nehme ich die mal raus! Ja! Ja! Ja, moin! Gut! Ich hoffe, es sind die richtigen Lichter dabei! Jop! Ich steig's halt! Weil es kalt draußen ist! Da müssten sie den Motor noch anmachen! Der Motor muss an sein! Ah, jetzt ist es aber warm! So, ja! Gehen die Lichter auch wieder? Ja! Das sieht gut aus! Hinten gehen die auch? Perfekt! Was? Blink mal kurz! Oh, ja! Mach ich! Funktioniert! Ja! Alles perfekt! Geht alles wieder sehr schön! Sehr gut! Mal kurz nicht losfahren! Ich guck mir das von unten nochmal an! Genau! Das ist aber aufpassen! Ich guck mir das doch nicht von unten an! Ich hab' bisschen Angst! Sollte alles wieder gut sein! Sollte alles wieder gut sein! Die Rechnung geht an den hier! An mich! Du hast den Umfang gebaut! Ah, du bist aber der Besitzer! Das bist du auch! Ja, an dich geht die Rechnung! Einigt euch! Bitte! Wir haben noch andere aufgeregt! Der Kollege! Der zahlt die Rechnung! Ah, das ist klar! Ist mein Freund! Ich kenn' den! Gutanfahrtskosten! 200.000! 3.000! 3.000! Ich muss es sein! Ich hab' ich verstanden! Was war's denn? Glühbirne und Reifen, ne? Glühbirne und Reifen, genau! Und dann der Reifen nochmal 50.000! Ja, 250.000 an dem! Ja, da kommen sie ungefähr richtig hin! Mit der Rechnung! Ah, gut! Der Motor ist fit! Der Motor ist fit! Teure neue Reifen! Haben sie das Geräusch nicht gehört? Ich guck' den Motor hat irgendein Geräusch gemacht! Dankeschön! Motor hat irgendein Geräusch gemacht, sagen Sie! Haben Sie das nicht gehört gerade? Nein! Ich glaub' das kommt vom Motor! Nee, das kommt vom Motor! Der ist eingeschlafen! Ja, das ist ihr Kollege! Nein! Der schläft dort! Ja, morgen! Der ist eingeschlafen! Der ist eingeschlafen! Geht ihm! Siehst du, sie wissen nicht mehr mehr was! Natürlich! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Boah, ne, irgendwie! Also, wie gesagt, ich kann gerne das Diagnose-Gerät nochmal dran halten, aber der Motor war topfit! Oh! Einen Moment, ich halt's nochmal dran! Wollen Sie die Geräusche? Das ist komisch! Der Motor ist nicht mal an, er macht diese Geräusche! Ja, das ist echt so, ne? Deswegen, ja! Glaub ich nicht, dass es am Motor liegt! Oh, ne, ne! Da hab ich Angst! Wer kann denn von ihnen beiden senken? Wer sieht gerade aus? Bleib mal stehen! Bleib mal stehen! Bleib mal stehen! So, ne! Ist das schon wieder die Katze, die du hinlässt? Hört sich alles normal an! Echt? Na, die Anzeigen! Ja, ja, ne? Ruhig! Warte mal, soll ich mal, soll ich mal die... Ist klar! Einmal still, ich klatsch auf die Tasche drauf! Ich klatsch auf die Tasche drauf! So! Das ist tot! Das super! Die Katze ist jetzt tot! Na gut, klar! Gut! Dann baue ich das Strahlen ab, sonst sind wir wieder auf dem Weg! Wir haben nämlich noch so zwei, drei Aufträge, ne? Genau! Die Rechnung, wie gesagt, an den Typ mit dem Bart! Äh, die hab ich schon bezahlt! Ja, können wir auch nochmal ausstellen, wie hoch war die? Ja, 250.000. Das muss mehrwertsteuern! Gut, ja, dann sind wir weiter! Ja, tschüss! 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 An meinem Rücken ist... Oh, wir sind da! Oh Mann! Das ist kein Problem! Diesmal wunderbar, was ist denn da passiert? Ach, das ist alles, ne? Danke schön! Ähm... Ehm... Wo war das? Ja, das sieht ein bisschen... Was ist denn da passiert? Ja, das sieht ein bisschen... Ja... Ja... Wir sind halt von unserem anderen Unfall eben hier zurückgefahren... In die Sankte... Wir sind halt von unserem anderen Unfall eben hier zurückgefahren... In die Sankte... Das ist... Ja... Aber anders wird schwierig, ne? Können wir schieben... Wir können sie wirklich das da runter schieben... Wollen sie wirklich das da runter schieben? Ja... Ja... Ich übernehme die Kosten... Alles klar... Dann... Handschuhe an... So... Rote Tastatur zu spielen... Feuerball Link coming... Das jetzt hier... Ach, ne... Also... Das hat 1500 Anpasskosten... Das wird gespeichert... Das wird sich spüren... Ach, man... Ach... Geil... Das ist geil... Du hast für mich auch können, ne? Du... Du musst nur unbedingt malen... Höh... 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 Wir haben jetzt von 3 Uhr gebraucht... Ja... Höh... Also... Weißt du die Herren, ne? Anpasskosten waren das jetzt... 2000... Wie die körperlich schwere Arme... Höh... 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 Alter, was war das? Höh... 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 Okay, Sascha, wir müssen schnell hier weg... Wir... Haben nichts damit zu tun... Ne, wir waren das nicht... Tschüss... Tschüss... Höh... 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 Höh...